Das ist so unangenehm, wirklich. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich barfuß in einem Supermarkt bin. Und ehrlich gesagt, frage ich mich das auch. Aber lasst mich euch ein paar Sachen erklären, die das Ganze vielleicht ein bisschen weniger so aussehen lassen, als hätte ich jetzt endgültig meinen Verstand verloren. Ich trage gerne Schuhe, die sind meiner Meinung nach eine ziemlich gute Erfindung. Aber als ich letztens wieder mal meine tägliche Runde durchs Internet gedreht habe, bin ich über einen Artikel gestolpert. In dem ging es ums Barfußlaufen und das soll anscheinend super gesund sein. Es soll das Immunsystem stärken und Sehnen und Bänder trainieren, doch dieser Artikel behauptete noch etwas. Und zwar soll Barfußlaufen zu einer anderen Gangart führen, die anscheinend besser ist, als die, die ich und du sonst normalerweise immer benutzen. Und deshalb habe ich beschlossen, für die nächsten sieben Tage einfach keine Schuhe anzuziehen und alles barfuß zu erledigen. Mich interessiert, ob ich mich irgendwie anders fühle und mich interessiert auch, ob der Alltag überhaupt barfuß bewältigbar ist oder ob ich da irgendwelche Probleme bekomme. Der erste Tag war verdammt ungewohnt. Ich bin eigentlich nicht gerne barfuß unterwegs. Ich mag das Gefühl irgendwie nicht. Und die Wohnung ohne Schuhe und Socken zu verlassen, fühlte sich halt einfach wirklich falsch an. Ich war dann kurz draußen unterwegs und habe so ziemlich die abwertendsten Blicke, die man sich nur vorstellen kann, bekommen. Ich meine, ich verstehe es. Es war kalt, hat geregnet und ich war ohne Schuhe in einer Großstadt unterwegs. Aber diese Blicke waren wirklich hart. Zu meiner Verwunderung war es aber gar nicht so unangenehm oder kalt auf den Füßen, wie ich anfangs dachte. Okay, bis jetzt läuft alles gut. Meine Füße fühlen sich ein bisschen komischer an, so als hätten sie Schnitte. Ich habe sie vorhin untersucht und es ist einfach alles cool. Fußsohlen sind eh dick. Ich glaube, das ist einfach meine Paranoia. Aber wenigstens ist das Wetter so, dass es überhaupt möglich ist. Ich hatte dieses Selbstexperiment nämlich eigentlich schon mal vor. Da wollte ich es auf Mallorca machen. Dort war es aber einfach so heiß, dass ich nach zwei Stunden abgebrochen hatte, weil meine Füße einfach am Asphalt regelrecht verbrannt wurden. Aber hier in Österreich geht es wieder. Ich will ehrlich mit euch sein, ich habe am zweiten Tag wirklich mit mir gekämpft. Ich wollte einfach nicht rausgehen. Einerseits, weil es unangenehm war und andererseits war mein Selbstbewusstsein nicht so ganz am Start, weil mich halt wirklich jeder angesehen hat und ich irgendwie damit nicht so ganz klar gekommen bin. Damit hatte ich natürlich schon gerechnet, aber ich hatte echt Probleme damit, obwohl ich das anfangs nicht dachte. Okay, Freunde, ich muss jetzt hier ein Paket abholen. Das ist mitten in einem riesigen Bürokomplex. Es ist mir verdammt unangenehm, weil ich keine Schuhe an habe. Ich bin ein bisschen nervös, meine Hand schwitzt extrem. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich werde das jetzt durchziehen. Es ist ein interessantes Spektrum an Reaktionen. Manche Leute juckt es überhaupt nicht und manche Leute treten einem wirklich spürbar mit wesentlich weniger Respekt als sonst gegenüber. Es ist auch wirklich eine psychische Challenge, nochmal drauf auf der physischen. Das Ding ist aber, genau solche Sachen helfen mir, selbstbewusster zu sein. Einfach durchzuziehen, obwohl man diese Blicke bekommt, ist das, was man tun sollte. Und das, was einen dann wirklich selbstbewusst macht, wenn man sich da immer wieder dagegen stellt und diese Wand immer wieder durchbricht. Und so habe ich mich wieder ein bisschen in den Griff bekommen. Und dafür war es auch Zeit, denn am nächsten Morgen hatte ich einen Shoot. Wir mussten dafür ein bisschen Sport auf einem Schotterplatz machen. Und das hat meine Füße wirklich hart beansprucht. Okay, Freunde, jetzt danach ist nicht unbedingt die beste Zeit für meine Fußsohlen. Es fühlt sich richtig heiß an. Meine Fußsohlen fühlen sich richtig heiß an. Warum auch immer. Auch ein bisschen taub. Es war vielleicht etwas zu viel des Guten, aber ich habe die Hoffnung, dass sie dadurch jetzt irgendwie robuster werden oder sonst irgendwas. Ich denke, sie sind heiß, weil die Durchblutung drinnen besser ist. Aber es ist auf jeden Fall ein seltsames Gefühl. Ich war definitiv noch nie barfuß auf so einem Untergrund so lange unterwegs. Können wir kurz festhalten, wie dreckig deine Füße sind? Ich finde es, naja, schon. Gerade mal, wer die nicht abwischen wird und damit straight in die Wohnung gehen wird. Aber sicher nicht. Hey, es ist so unangenehm. Jeder schaut mich an, als wäre ich keine Ahnung was. Einfach so richtig so. Ich bin doch nur barfuß unterwegs. Ich tue ja niemandem was. Übrigens, die 360-Grad-Shots, die ihr hier immer seht, habe ich mit der neuen Insta360 One RS gemacht. Denn Insta360 war so nett und hat mir ein paar Kameras zukommen lassen. Die ist ein absoluter Gamechanger. Das Ganze ist nämlich eine modulare Kamera. Das heißt, es gibt eine Action-Cam-Linse, die super gute Qualität hat, eine 360-Grad-Linse und ein Display-Modul, welches man sich einfach nach Belieben zusammenstecken kann. Das kann also eine Action-Kamera, eine 360-Grad- oder eine Vlogging-Kamera sein, je nachdem, was man gerade braucht. Und dabei passt das Ganze noch einfach in die Hosentasche. Die 360-Grad-Shots kann man ausrichten, nachdem man sie gefilmt hat. Das heißt, man muss sich beim Filmen absolut keinen Stress machen, wie die Perspektive oder sonst irgendwas ist, weil die Kamera einfach alles aufzeichnet und man das einfach bequem im Nachhinein machen kann. Sehr große Empfehlung meinerseits. Checkt das unbedingt ab. Im ersten Link in der Beschreibung findet ihr die Kamera. Weiter mit dem Video. Aber was soll das Ganze jetzt bezwecken? Nun, die Theorie lautet, dass wenn wir Schuhe tragen, wir mit der Ferse zuerst aufsetzen. Das belastet das Knie, die Hamstrings und den unteren Rücken. Des Weiteren müssen die Sehnen und Bänder und generell die ganze Fußmuskulatur einfach kaum arbeiten. Das ist sozusagen anscheinend der faule Weg der Natur zu gehen. Wenn wir jedoch barfuß laufen, setzen wir automatisch mit dem vorderen oder mit dem mittleren Teil des Fußes zuerst auf. Und das führt dazu, dass die komplette Fußmuskulatur und der komplette Bewegungsapparat da drinnen permanent mitarbeiten muss und gefordert wird. Und anscheinend soll das die natürliche Gehart sein. Da kommt das Argument wieder rein, dass unsere Vorfahren das früher gemacht haben und die stundenlang durch die Wildnis gelaufen sind, ohne Schuhe zu tragen. Und obwohl ich mich am Abend von diesem Tag wie ein Mönch fühlte, der gerade überglühend heiße Kohlen ging, habe ich beschlossen, diese Theorie noch weiter auf die Probe zu stellen. Ich habe gerade versucht, eine Runde zu laufen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Es ist super anstrengend, weil man halt immer schauen muss, wo man hintritt. Und es war eigentlich ernsthaft keine gute Erfahrung. Was allerdings super interessant ist. Meine Füße sind irgendwie nie gleichmäßig schmutzig. Man sieht immer richtig schön, mit welcher Seite des Fußes ich aufkomme. Aber ja, Barfußlaufen in der Großstadt ist nicht meins. Ab diesem Zeitpunkt fühlte ich mich wirklich so, als hätte ich mich daran gewöhnt. Meine Fußsohlen fühlten sich trotz der ständigen Belastung okay an. Und auch der gesellschaftliche Aspekt war jetzt nicht mehr so schlimm, dass ich mich nicht mehr raustraute. Es wurde mir Gott sei Dank immer mehr egal. Ich kam immer weiter aus meiner Komfortzone raus. Und so konnte ich auch endlich wieder einen halbwegs normalen Alltag führen. Ich weiß, das hört sich absurd an, aber es fiel mir wirklich schwer. Ich schaute zwar immer noch während des Gehens die ganze Zeit auf den Boden, weil ich übertrieben Paranoia hatte, dass ich irgendwo reinsteige, wo ich nicht unbedingt reinsteigen soll. Aber eine letzte Sache hatte ich noch vor. Und zwar waren wir in der Natur wandern. Das war super nice, hat super gut geklappt. Generell die meisten Sachen waren überhaupt kein Problem. Barfuß Autofahren ist ziemlich lustig. Einfach in der Natur wandern geht auch klar. Allerdings habe ich schon vermehrt ein Gefühl von Unwohlsein. Einfach wegen dem gesellschaftlichen Aspekt. Ich war diese Woche auch in keinem Restaurant, weil das kann man halt niemandem zumuten. Also, was hat sich geändert? Das Ganze ist so, wie ich es gemacht habe, natürlich ziemlich ungeschickt und extrem. Man muss wirklich die ganze Zeit schauen, wo man hintritt, wenn man in der Großstadt unterwegs ist. Und die Leute sehen einen wirklich so an, als würde man von einem anderen Planeten kommen. Allerdings ist es auch einfach super extrem, sieben Tage einfach keine Schuhe anzuziehen. Und das würde sowieso niemand nachmachen, denke ich zumindest. Die Vorteile waren jedoch folgende. Ich fühle mich so, als wären meine Fußsohlen viel robuster geworden. Auch wenn meine Füße an den ersten Tagen ein bisschen wehtaten und sich auch oft so anfühlten, als wären sie aufgeschnitten. Dieses Gefühl ging Tag für Tag weiter zurück. Ich bin auch komfortabler damit geworden, einfach barfuß zu sein. Es fühlt sich natürlicher an. Mir ist auch nicht mehr kalt, wenn ich barfuß war, was vorher schon der Fall war. Es fühlte sich auch natürlicher an und so, als wäre ich wirklich mit der Natur verbunden, wenn wir jetzt auf diese spirituelle Schiene gehen wollen. Ich konnte auch wirklich merken, dass ich zuerst mit dem vorderen und mittleren Teil des Fußes auftrat und nicht mit der Ferse. Hi, Dominik aus dem Schnitt hier. Ich hatte jetzt Zeit, mir die Clips anzusehen und es ist mir aufgefallen, dass ich, wenn ich barfuß gehe, manchmal diesen Fersengang verwende und manchmal diesen Ballengang. Ich weiß nicht so richtig, warum das ist. Meine Vermutung ist, dass je mehr Paranoia ich habe, in irgendwas reinzusteigen, desto vorsichtiger bin ich und desto wahrscheinlicher ist es, dass ich diesen 10-Ballengang verwende. Aber mir fällt jetzt auf den Clips auf, dass wenn ich mich wohl am Untergrund fühle, ich wieder zu diesem Fersengang tendiere, den ich bei den Schuhen immer habe. Das fand ich interessant zu sehen, ich war aber definitiv viel mehr in diesem Fersen-Ballengang. Ob meine Fußmuskulatur dadurch wirklich stärker wurde, kann ich nicht sagen. Ich fühle keinen Unterschied, aber es macht Sinn. Ich denke, dass da was dran ist. Ich war letztens beim Orthopäden, weil ich mir so Einlagen geholt habe, weil ich so einen Senkfuß habe, glaube ich heißt das. Und der hat mir auch sowas in diese Richtung erzählt. Ich hatte anfangs ein bisschen Sorge, dass ich mich verkühle oder krank werde oder sonst irgendwas. Das hört man ja immer. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Das Ganze soll angeblich das Gegenteil bewirken und gut fürs Immunsystem sein. Jedoch würde ich halt logischerweise in der Großstadt davon abraten, da sind halt echt manchmal Sachen am Boden, in die man besser nicht reintreten sollte. Es macht auch seltsamerweise wirklich Spaß und auch wenn ich wahrscheinlich nicht so schnell wieder barfuß in den Supermarkt reingehen werde, werde ich trotzdem versuchen bei Gelegenheiten, wo es sich anbietet, meine Schuhe auszuziehen, einfach um dieses Gefühl zu haben und um diese gesundheitlichen Benefits mitzunehmen. Vielen Dank fürs Zusehen, mögen alle eure Träume wahr werden. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace!